Sauna und Wellness-Oasen Sauna und Wellness-Oasen Sauna und Wellness-Oasen. Sauna und Wellness stehen für pure Entspannung. Ein Gang in der Sauna lässt nicht nur den Körper mächtig ins Schwitzen geraten, sondern ist gut für die Haut und die Seele. Regelmäßige Besucher in der Sauna können die Abwehrkräfte des Körpers steigern und machen sie fit gegen jede Erkältung. Aber was tun, wenn man bereits erkältet ist? Kann man dann trotzdem in die Sauna? Welche weiteren Wellness-Oasen gibt es zur Entspannung? Mehr zu Wellness-Trends, denn entspannen macht Spaß und schön. Wissenswertes rund um das Thema Sauna und Wellness-Oasen sowie Tipps und Tricks wie Sie Energie tanken können. Reis-Trends, der ist im Grunde. Reis-Trends, der ist im Grunde. Reis-Trends, der ist im Grunde. Outro